Hallo wieder einmal, ich habe jetzt nur gleich weitergemacht seit dem letzten Cut, weil wir sind nur noch ein paar Meter vom Lord Regenten entfernt, der zwar in seinen Schutzraum geht, aber das ist mir recht egal. Der komische Dollboy, also der Begulash ohne Hände, der geht mir etwas auf die Nerven. Die Hände sind heiß. Aufpassen, hier schleicht sich jemand herum. Halt, ich sehe nie mehr, es sind wir, ob sie nötig sind. Verdammt. Mann. Verdammt. Du hast Glück gehabt, ich habe mir erschossen. Ach, wie jämmerlich. So fängt der Bart richtig an, oder? Das Endspiel. Endlich. Ich baue schon so Frust auf. Der Typ wird so sterben. Ja, aber klar. Da kann ich der Deck ja nicht durch. Hoppala. Ich weiß, dass du hier bist. So, es wäre cool, wenn der rausgehen würde. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Wir haben uns da alles. Ja, der glitscht schon drüben bei der Türe herum, natürlich. Wo bist du? Okay, weil die Musik hier kann ja nicht einmal den Doppelsprung anwenden. Einmal. Ich glaube, es ist seit länger stehen bleibt. Okay, das war jetzt. Auf was schießt der denn noch? Auf was hat denn der denn jetzt noch geschossen? Ich bin gespannt, wo der das letzte Mal gespeichert hat. Immer noch da. Dann schnell wieder raus. fast schw farklıy Swedish im прост야 der minds Shallow, weiß ich wohl nicht, aber... Oh, nein. Nein! Warum? Nein! Ah... Wie oft ist denn ein Kind ausgelassen? Nicht selbst machen sie, wie immerach. Oh, du! Der Shot ist ja aus der Grinze-Maske, oder? Eine Woche des Gischöckchen, der Töte! Zierg auf deine! Voll, du! Voll, du! Du! Der Shot ist ja aus der Grinze-Maske, oder? Eine Woche des Gischöckchen, der Töte! Voll! Du! Du Spinner! Zurückkriegen! Der Shot ist ja in der Runde! Der Shot ist ja in der Runde! Der Shot ist ja in der Runde! So was verlieren! So, dauernd auch die Falle, können wir natürlich nicht durch. Das gibt's doch nicht! Wie dumm ist denn das? in den letzten sechs minuten bin ich dreimal gestorben habe ich mich jetzt verzöhlt okay plan jetzt mache ich es auf boah facepalm das erste mal da raus mit der roten kann ich da oben nicht durch okay machen wir anders ich werde jetzt das erste mal so ein tier kontrollieren und zwar auf eise roten ich bin gespannt ob ich überhaupt so lange leben kann weil wir teleportieren und sind noch an dorthin wo wo quasi die roten war oder das bringt mir nicht zwei haben wir es auch getestet wenn was wo kommen die jetzt auf einmal her was soll denn der blödsinn also alarm don spawn von gegner vieles gegner schau da war sogar genau wo ich bin da schaut mir genau an komm her und du kriegst ein Biersing ins Auge schau boah ich komm noch nicht mehr rüber es war so wenigstens was der für Fähigkeit hört außer mir die Magie zu entnehmen da konnte ich ihn in die Wund pressen mit seinen Schollwellen und von vorne konnte der Typ nicht einmal erschießen mit der Armbrust und der Arne schreit Haney ist auch nicht umgekippt obwohl er explodiert ist am Rücken ach verdammt wie er fühlt so langsam ich bin ruhig ich bin ruhig ja so schießt schießen ein schrecklicher Geist der mich bestrafen für meine Unvollkommenheit was hast du vor ich muss jetzt wissen kannst du überhaupt erbaut feile dort 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 und dort okay du weißt wer ich bin ich hätte den Russen schon lang pfeile 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 wie ist das möglich meine gedanken rasen du hast uns auseinander gerissen meine Verbündeten getötet welches Spiel spielst du warum jetzt zurückkommen du bist doch entkommen trotz meiner Bemühungen jeder glaubt du hast die Kaiserin getötet und jetzt töte ich dich wie einen Straßenköter und werde in den Geschichtsbüchern als der verewigt der ihrem Tod gerecht hat das ergibt doch und dann setzen die Masken wieder auf weil wir gerade alle so stundenlang Zeit haben oder was das ergibt doch gar keinen Sinn das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn du bist mitten in einem boah ich hab jetzt echt gedacht okay ich bin jetzt genervt gefrustert hoch teleportieren Zeit einfrieren alles cool alles so funktioniert wie gedacht hab und dann stehst du vor dem Lord Regenten und hast freies Schussfeld und könntest dich mit allem zuballern was du hast mehrmals du könntest nochmal einen Trank nehmen und wieder die Zeit anhalten immer wieder bevor er den Boden berührt haben ihm schon die Rotten zerfressen und der Zerfall zu Staub zu elendigem Stauben verteilt sich in alle Himmelsrichtungen aber nö dann kommt die ominöse Videosequenz also der 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 sequenz of recovery keine ahnung und dann bist du mitten im im ober boss fight und bist durch eine laser wand getrennt durch die du nicht durch kannst andererseits der hat aber schon ein paar mal angegriffen oder hat das nun so ausgeschaut mir ist schon so vorkommens hätte schon gegen gefechtet aber okay versuchen wir die logik der logik ein wenig zu folgen so du drehst dich um dann nehmen wir da einen trank dann nehmen wir da von mir aus pistole ein bisschen an drücken ab und nichts passiert aber auch keine video sequenz oder sowas alles egal ach jetzt ich bin zu die datten kombination ist etwas dumm gewählt doch weg jetzt jetzt nervt es mir wirklich da spiel jetzt eh gleich vorbei ist so jetzt kommt noch der eine spielhaini da ist der spiel und die der ist okay solange musik spielt kann er äußern scheint von sich abhören so wie er da falls euch wundert was gott passiert ist ich musste den typen dort weil er so geponzert hat und durch alles also sicher vor allem ist musste ich ihm den kopf abtrennen was eh schon schwer genug war also das ist passiert und der cut dazwischen ist deswegen passiert weil mir mehr aufnahmeprogramm am fehler gemeldet hat weil ich meine festplatte bereits voll aufgenommen habe aber okay das habe ich jetzt ein gelöstes problem probieren wir es nochmal und das konnte ich eigentlich eh schon probieren na echt wirklich jetzt werde ich versuchen mal den anderen schreiter typen mal in die beine reinzuschneiden weil irgendwie muss der ja zu boden gehen und dann kann ich nicht Wie kann man denn die Typen kaputt machen? Das hast du jetzt verdient Boah verdammt nochmal, hättest wohl jetzt einen Aufwand Brandbolzen, die Hobby verdient So, jetzt bist nur noch du da oben Na los, komm her Jetzt reicht's mir nämlich Jetzt reicht's mir wirklich Na los, komm her Ah, das ist also der Adrenalin am Griff Daneben Uh, das war nicht schlecht Schwarfschützen, hm Ich finde dich schon Komm endlich Ich werde dich... Ah, hierher Irgendwas Das war's mit dir Verdammter Wo ist das? Vakuum zu mir Schleichen Dein Kopf wird rollen Und noch viele mehr Der ist unsympathisch Ich würde mich echt interessieren, wie sollten wir da hinten reinkommen Man Passier nichts an, du schwarziger Mörder Ähm, doch, jetzt loote erstmal in aller Ruhe Weil mehr kann mir nicht passieren Darum ist bei ihm oben Warum ist er eine Rune? Die ist doch bei ihm Was macht eine Rune bei ihm? Nachdem ist das Spiel doch vorbei Aber vielleicht fürs Nachspielen Das kann doch sein Prüfende Begabung haben wir schon gelesen Da, da und da Kehrt alles mir Du sitzt in der Falle Und bist in der Unterzahl Kommischerweise hat er aber recht Oder? Nicht plötzlich Ich kann ja da noch rein Oh, zum Glück ist die ausgeschalten Endkampf Ist es denn die Frau Soll ich wegbrutzeln? Oder soll ich Okay Zurück Fass mich nicht an Boah, du wärst zu sterben Du wärst jetzt zu sterben Du hast ja gar keine Ahnung Wieso du sterben wärst Besprungszimmer So Die Besequenz kommen wir schon Wie? Wie hast du mich gefunden? Nein Das ist unmöglich Eine Halluzination Das überspringen wir mal Das haben wir schon gehabt Meine Augen sehen was sie fürchten Warum verbirgst du dein Gesicht? So Wir tun die Maske wieder abnehmen Aber wir uns jetzt unlogisch Achtenplätzen Ich hab das andere schon gehabt Sie werden sterben Ohne zu wissen wer ich bin Das ist mir jetzt nämlich auch egal Hey Das war irgendwer neben Los du Obergangster Hallo? Hallo? Auf das war das schon so lang Auf das war das schon so lang Ach schade Jetzt wollte ich noch mit der Pistole nachschießen Ah ja man muss ja noch flüchten können Genau So 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 Wir haben alle Runen Kann ich noch irgendwo einsetzen? Nein Vielleicht gibt es da noch irgendwann einen Hinweis auf den Ähm Tresor Ich komme langsam wieder runter Das brauche ich jetzt Massive Einsprang von dem Patrouillenboote Aufbringen wir ja Fluss ein Aufbringen wir ja Fluss ein Dass sie sich wirklich auch die Mühe gemacht haben so fiktive Karten zu aufstellen Hm Respekt Aktivieren kann ich da sonst nichts Wieso komme ich da Das ist die gleiche Tür Das ist die gleiche Tür Da ist der Schlüssel Super Ok Wir müssen aber wieder los Das können wir noch Ich was zwar gerade nicht wer sich da erschrickt hat Aber Das können wir jetzt noch Wie ein Kotzt oder? Und wenn wenn wir nicht Auf der Seite richtig Ofen, aber na du musst noch mal extra Dürf machen. Na los, komm rein. Ich weiß, dass du hier bist. Aktuell ist jemand verletzt. Das Öl muss aufgebraucht sein. Ruft, wenn ihr ihn seht. Weil er unten an der Kanate liegt. Nee, machen wir auch anders. Dum dum dum. Du bist überall. Wir wissen, dass du hier wirst und wir werden dich finden. Ich werde dich finden. Die brutzelt irgendwie nur Beine weg oder? Kommt's dir zu mir so vor? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Aber warte, ich hoffte dir auf jeder Oberfläche. Vielleicht kann ich die auch so ins Regal tun. Oder an die Wand kleben. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Munition brauche ich keine, aber da war noch irgendwo. Ah, die Granate kann ich nicht tragen. Was ihr machen wollt... Ist wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, den Typen da jetzt da draußen in Rotten zum Frost vorwerfen. Aber sollte ich ihn richtig theatralisch von doch runterfallen lassen. So, frisst. Fress uns nicht. Gut, mir auch egal. Fress uns nicht. Fremd bunt! Fress uns nicht. Fress uns nicht schaff. Fress uns nicht. Manしかs nicht. Er ist aber weinig, dass der direkt wurde, Tor. Na komm, Sturzschaden? Ehrlich? Okay. Ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, dass wir da ohne Probleme runter springen. Also dass mir der Teleport den Sturzschaden wegnimmt. Ah, das geht auch so. Du wirst bluten. Entschuldige. So, okay. Aber dann könnt ihr da ja gar nicht runter springen. Oder verstehe es jetzt irgendwie falsch. Wenn wir den Mikron Max mal ins Wasser krossen. So. So. Jetzt will ich noch kurz rein, was ist? Nein, ist nichts. Stimmt ja gar nicht. Da haben wir jetzt keiner drin? Okay. Wer hat mich jetzt schon wieder gesehen? Da ist... Auf einmal... Ring! Alle wissen wo du bist. Und zwar echt alle. Ach, dann gehen wir halt wieder so. Wie wir gekommen sind. Ach, sei doch still da drüben. So. 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 Okay, das war jetzt nicht geplant. Aber wenigstens gibt es da keine Fische. Aber wenn ich jetzt dann stirbe, weil ich von einem Fisch gefressen wäre. Also dann bin ich beleidigt. Hi. Ist alles vollbracht? Ja, endlich. Endlich geschafft. Drei Alarme ausgelöst. Ja. Ja, ist so. Das war definitiv die herausragend beschissenste Runde überhaupt. Aber jetzt haben wir das. Der Vorabend der Krönung. Geschichte? Herr Auden hat einen neuen Oberaufseher. Unser Werk ist fast vollendet. Was? Sie sind in der Bahn. Vermutlich wollen Sie ein Glas auf Sie erheben. Ich werde draußen bleiben, wenn Sie erlauben. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Okay. Ein Glückwunsch, Karbo. So. Aber die Feier, das sehen wir dann im nächsten Bad. Also dann, wir haben sie endlich hinter uns. Bis bald. Euer Pfesel.